Willkommen! Jetzt zeige ich Ihnen eine der Messestars von der Kölner Möbelmesse im Januar 2018. Und zwar das Modell Romeo 18150 von der Firma Willi Schillig. Es handelt sich um eine Elementgruppe, die man kombinieren kann, wie man will. Ich habe hier eine fünfteilige Formation, bestehend aus einem Lederanbausofa, aus einem Element 100 Breit in Stoffgrau, Taube, Graubraun. Das gleiche Element in 120 Breit, einem Ecktisch, der bezogen ist in Leder, dem gleichen Leder wie hier, und einer Nussbaumplatte. Und ein Hocker, 105 x 105 cm. Eine große Ecke mit einem launchigen Sitzkomfort, wo Sie viel Platz für die ganze Familie haben. Und Sie können die Teile tauschen. Sie können diese Seite länger machen, die Seite kürzer, oder Sie können die Gruppe kleiner machen, wenn Sie mal umziehen, oder, oder, oder. Die Kissen sind auch dabei. Das sind hier lose Kissen. Da kann man natürlich auch ein bisschen spielen. Sehr soft alles, sehr angenehm. Hier auch zum Liegen unheimlich launchig, wenn Sie das Kissen natürlich wegnehmen. Hier haben Sie noch mehr Platz zum Liegen. Auch zu zweit. Wir haben noch eine kleine Formation, dreiteilig, von Romeo. Da kann man auch anders mischen, kombinieren, da müssen Sie bei uns anfragen. Diese Kombination, fünfteilig, ist ein absolutes Megaschnäppchen für Leute mit viel Platz, die soft liegen wollen, die variabel bleiben wollen. Achtung, die Innenseiten des Sofas sind nicht immer bezogen, bei den Hocker schon, deshalb kann man nicht alles tauschen. Aber sonst ist Romeo ein absoluter Star. Hochwertige Bezüge, Leder vom Feinsten. Was gibt es noch zu sagen? Ja, einmal dieses Messestück für den ersten Schnapper. Sind Sie das und Tschüss.